Herzlich Willkommen zurück, Folge 2 von Blackwood Crossing. Findest du, dass wir in der Spiegelung jetzt älter aussehen als vorher in Erinnerung? Als in der Spiegelung? Als am Anfang des Spiels? Ich finde, ja. Ne. Aber wir sind älter in der Erinnerung, oder? Wir sind jünger. Wir sind jünger. Zähle, die sind jünger in Erinnerung. Hast du dich schon mal an was zukünftiges erinnerst? Nein, aber ich finde, wir sehen da trotzdem älter aus, würde ich sagen, damit mit der Frisur, mit diesem aufgesteckten Haaren. Warte! Finn, lass mich durch. Nein! Ich kann nicht von meinem Bruder auf die Tür. Du kannst da immer noch in der Tür bleiben! Es muss einen Weg durch sein. Okay, wenn das so nicht geht, können wir hier raus? Muss das außen bleiben? Also ich glaube nicht, dass wir immer wieder klopfen müssen. Finn! Vielleicht kann ich eine Karte oder was? Ah. Oder was? Ja. In der Tasche. Rein! Wir gucken erst mal in den Abteilungen, ne? Mit System. Können wir die Zeitung erkennen, was steht denn da? Ich kann auch nicht näher ran, leider. Secondary Headline. Something. 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 Secondary Headline. Super. So sieht meine Zeitung auch immer aus. Ja, wenn du sie selber schreibst oder was. Mhm. Uh. Nene, 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 nene. Redman! Redman! Ich habe gerade gesagt, Redman! Oh, hier. Ich sehe. Ich will mir den direkt anziehen, ne? Ich auch, aber der wäre mir ja viel zu groß, aber es sieht bestimmt cool aus. Das ist lustig, wenn man mit so schlabber Erden stellt. Ah! Hey! Get lost! Nein, Finn! Du kannst nur weiter ran gehen! Ich liebe dich! Was hast du mit ihm getan? Er hat ihn auch gewonnen! Hat er ihn angemalt? Oh! Sieht ihr das? Er hat mich geschlagen, Frau. Oh! Oh! Okay, wahrscheinlich sagt er das zu der Lehrerin. Er ist ja, dass der Finn ihn geschlagen hat, ja. Aber das ist nicht die Lehrerin! Nein, das ist unsere Mom. Nein, das ist unsere Mom. Sorry, Mom. Was ist passiert? Was machst du hier? Was machst du hier? Aber hübsche Mom, also so vom... Opa? ...Gren... 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 ...Pau? Nein! Nein, du sagst es. Ich habe ihn seit... Ich... Ich erinnere mich. Vielleicht ich meine... Vielleicht ich meine der Junge, äh... Vielleicht ich meine der Rauli-Junge auch, äh... Unsere Mutter. Dass er war bei uns zu Besuch und hat es dann zu ihr gesagt. Ja, ist klar. Aber dann hätten wir das ja jetzt. Guck mal, das Schweigende Lämmer. Harsch. Fatsch. Ist das? Ist es doch. Das Plakat vom ersten Treppen, das Schweigende Lämmer hat doch diese Motto übernimmt. Ah, ja. Okay, krass. Das wäre ich nicht willkommen. Hehehe. Von der Bestseller. Hat Ähnlichkeit mit uns. Mit den Sommersprossen. Nur deutlich jünger halt. Okay, gibt's eine andere Person. Wahrscheinlich, oder? Oh. Oh. Oh, Mist. Oder? Ich glaube, diese Stimmen sind einfach grundsätzlich auch ein bisschen leiser als... Aber zu denen sagt sie das? Du musst ja wieder bestimmt Pech anfinden, oder? Ja, ich hätte jetzt gesagt. Der kleine Junge und sie. Du wieder? Wer bist du? Du kannst. Denk hart. Denken sie scharf nach. Passt so... Was? Ne, sie fragt, was machst du hier? Erstmal gucken, was wir noch haben. Oh, hier. Oh, ganz, ganz viele. Ja. Okay, okay. Jetzt machen wir alle einmal durch. Na! Ich und Cam haben seit Monaten gesprochen. Wirklich? Ich dachte, du würdest ihn heiraten. Du bist so ein Kind. Herr Cartwright, hast du Scarlett gesehen? Das ist Mr Cartwright unser Vater, oder? Ja. Aber es geht ja auch um. Oder ist... Nee, Mr Cartwright ist wahrscheinlich der Opa. Ja. Die Tochter? Ja. Nein. Okay, wollen wir mal ähm... Pärchen suchen? Ja. Cameron vielleicht mit Cameron anfangen, wenn Mr Cartwright unser Opa ist. Das heißt Cameron und... Aber wie war das? Erst Cameron und dann den Opa angriffen müssen. Die Reihenfolge ist ja wichtig, ne? Jaaaa. Dass die Gespräche Sinn machen. Ich weiß nicht mehr, was Opa sagte. Ich auch nicht. Gucken wir Opa uns mal an. Sie, da steht es so gut. Nein. Nein. Nein, du hast es erwähnt. Ich habe ihn nicht gesehen. Also er und dann Opa. Und jetzt? Wen? Ja, Cameron. Und dann sagt er das. Weil das ist doch die Antwort auf das, was Cameron fragt. Haben sie Scarlett gesehen? Ja, genau. Ja, klar. Cam. Komm her, Cam. Mr Cartwright? Ja. Das ist bestimmt so ein Fazke wie in, äh... Fuck, wie sehr... wie in Stranger Things. Haha. Spoilers ahead. Nein, wir schreiben nicht. Nein, 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 nein. Nein, du sagst es. Ich habe sie seit... Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich. Yay. Das ist wie ein Memoriespiel. Das ist aber nett. Ein cooles Memories. Wenn es nicht unchristian wurde, würde ich sagen, dass es ein langes Mal kam. Sie sah das? Er hat mich gefangen. Wenn es nicht unchristian wurde, würde ich sagen, dass es ein langes Mal kam. Warum kann ich mich nicht erinnern? Ja, sie sagt, oh, zum Glück, du bist safe, Anna. Oh, danke Gott. Anna, du bist safe. Wen haben wir denn noch? Haben wir vier? Gut. Ach, der Hase. Ich weiß noch mal, was der sagt. Du kannst. Okay, die Antifahren dann. Ja, ja, genau. Und dann Anna und die Mutter. Ja. So. Aber andersrum, ja. Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich weiß nicht, was die Blut... 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 ...handen. Das haben ja nur der Vater und die Mutter. Ja, weil sie beide tot sind. Ja. Du kannst... ...denk hart... ...denk mir irgendwie noch gar nicht unterbringen. Also, als Figur, ne? Hm. Hat vielleicht irgendwas mit einem Unfall zu tun? War es ein Unfall? Wissen wir das ein Unfall war? Nö, ich hab das einfach mal angemacht, dass sie nicht doppelt selbst Moppel gehen. Bei mir wissen also... Was ist passiert? Was ist passiert? Was machst du hier? Zack, 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 zack. Oh, dieses... Dieses Poster ist so gut. Ah, stimmt. Ein cooles Design. Oh, andersrum? Oh Gott. Ich weiß, du bist sicher. Oh, andersrum? Oh, andersrum? Scheinbar. Sonst gibt's doch keine Regionen mehr. Ja, jetzt hattest du doch sie zuerst. Jetzt musst du's... Ach ja. Ach so, du hast sie jetzt... Ja klar, jetzt kann ich gleich zurücklaufen. Hop, 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 hop. Was ist passiert? Was machst du hier? Na ja, klar, es macht Sinn. Zack. Na ja, sieh sie. Mhm. Es wird dunkler, oder? Da draußen? Ja. Was heißt dunkler? Oh, was heißt dunkler? Es ist Nacht. Wir haben so schön grüne Augen. Ist da ein Planet? Ja, jetzt habe ich mich auch gefragt, was ist... Der Mond? Das ist... Ein Riesenmond? Das ist... Der... Das da rechts war... Das ist auch kein Mond. Das ist nicht gerade die... Die typische Farbe. Cool. On we go. Das ist die selbe Schuluniform, oder? Wie der kleine andere Junge anhat, oder? Oh, ach, weiß ich nicht. Mein Sohn ist missing. Er ist... Ein Junge. Ein Junge, ja. Er ist nahe, aber er weiß nicht, dass er dich für dich schaut. Das hört sich schon ein bisschen nach Alice im Wunderland an, so Traumwelten verschoben. Ich mag das Motiv dazu. Er ist nicht mein Freund! Ich liebe ihn! Und ich liebe dich! Du meinst das nicht! Ich geh ihn für das! Du wirst nichts davon machen. Jetzt... Lass mich sehen. Das ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht eine Reise, ne? Hm. Hm. Oh man... Wo ist denn? An... aber... Boah... Welches... welches Filmplakat ist das denn? Mir sagt's nichts. Der Grinch? Nein. Sieht das so aus? Ach... Aber es gibt auch... Ah, mir fällt's gar nicht ein. Aber mit so einem Sternenhintergrund? Nein, aber diese Pose und dann zwei Leute im Hintergrund. Kevin allein zuhause. So was? Ja! Vielleicht, aber... So ist es, es ist die typische... Ah... You abandoned me! When you see her, just tell her to call me, okay? We've all got enough to deal with without you, Cameron Webster. Oh, Cam... Ich mag Cam nicht. Ich... Das hat doch nichts Schlimmes gesagt. Das sorgt sich um was. Ach, Cam ist ein Arsch. Ach, du magst eh keine Meilen. Bäh. Ah, das ist alles Konkurrentenpotenzielle. Was are you plotting? Hold up, will you? Was steht da auf Finn? Co? C-C-O? C-C-O? C-C-O-T? C-C-O-T? Finn-Code? Äh... C-Code würde ich jetzt nicht suchen. Oh, da. Ähm... Herrisch. Öffne die Tür. Du wirst nicht mehr interessiert. Ich habe es getan, weil du es nicht interessiert. Warte. Das ist eine Anspielung auf das Herz, oder? Sich selbst verschließen? Möglich. Glaube ich. Also, so sehe ich das gerade. Na, was genau hat er da gemacht? Ja, ist doch... Was? Können wir noch mal gucken? Also, ich meinte es auch mit der Tür zu halten, ne? Ja, ja, aber... Du kümmerst dich nicht mehr um mich. Oh, ja, das ja... Okay. Na, dann wird es doch gleich noch irgendwo brennen, oder? Ja, es hat ja schon einen Baum ausgebrannt. Ja, ja. Das meinte er doch mit I did it, oder? Ja. Let's just talk about this. Where are you hiding? Ist das schon wieder so ein Hase? Ist das der Hase? Kann das übrigens sein, dass wir immer... Ja. Warte mal, laufen wir gerade... Ah, jetzt laufen wir mit in... in Fahrtrichtung. Ich habe mich gefragt, vorhin sind wir doch gegen die Fahrtrichtung gelaufen, oder? Ja. Skull. Und Cam. In love. In love. Okay, warte, ich guck mal, ob ich hier was sehe. Feuerzeug. Nee. Nee. Da bist du. Was machst du mit all unseren Arten? Oha. Nein, 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 nein. Finn! Oh, mein Gott. Wir sind auf Feuer. Finn! Was ist der Hase? Oh, Gott. Oh, Gott. Wir haben alles zusammen gemacht. Du hast keine Recht. Ich kann nicht durch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich kann nicht durchlaufen. Aber es ist nur Papier. Ich verstehe nicht. Ja, aber nicht die Logik des Spiels eigentlich, oder? Also, nee. Aber ich hätte jetzt nicht... Aber ich hätte jetzt gedacht, wir haben diesen scheiß Notizbuch und mit dem malen wir was. Ne? Ja. Und es ist nur Papier, wir können... So. Und jetzt? Ah, da ist ja. Weiß ich nicht. Kannst du jetzt damit agieren? Ich muss den Extinguisher rausnehmen. Ah, du kannst mit beiden weitergehen, ne? Auf dem Schloss auch. Ne, es ist immer das selber. Es ist von Papier, aber es ist stark wie Stil. Was haben wir noch angewandt? Dann nehmen wir den Hasen. Ich weiß nicht. Vielleicht kann es immer noch brennen. Was? Vielleicht brauchen wir so eine Art Fackel, ja. Dann wahrscheinlich doch eher den Hasen. Oder? Wie sage ich nicht? Ne. Wie sagt sie? Das ist so eindeutig, ob das... Not burning that. Aber den Hasen hat sie nicht... Wollte sie nicht, oder? Musst du gedruckt halten, vielleicht? Nein, das ist ja. Willst du nicht gucken? Ach so, was an. Aber das scheint doch so zu sein, ne? Ja, genau. Wir haben es noch müssen. Feuer und dann das Papier anfackeln. Aber was? Irgendwas anderes. Vielleicht haben wir irgendwas vorsehen. Ah! Ach so, ich das. Kannst du was nehmen? Darf ich auch. Kannst du da links was nehmen? Also links, wo es brennt. Das einzelne... Ne, ne? Nö. Das ist alles noch dasselbe. Okay, nun gucken wir noch mal. Aber dann haben wir das Boot eigentlich alles angesehen, ne? Dachte ich auch. Ah, ich hänge irgendwie fest. Oh, come on! Da brennt irgendwas. Also das können wir nicht verbrennen. Äh, die Zeitung. Nope. Nope, nope, nope. Schau, ich hätte echt gedacht, dass wir... Was ist das? Nein, 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 nein. Hier oben ist ja nichts drauf, ne? Ne. So. Hier haben wir alles eingesammelt. Hier war, glaube ich, nichts mehr zum Einsammeln. Ne. Nach oben rechts nichts, ne? Ne. Ne, der Koffer, der ist viel zu gut. Das ist ein Koffer, verbrennen wir doch auch dämlich. Da! Da! Fuck it! Vielleicht war aber die war vorher nicht da, oder? Doch, ich glaube, aber ich habe im ersten Raum, glaube ich, nicht geguckt. Ach so. Okay, egal. Schade, ich fand unsere Idee... Mit dem Hasen eigentlich passend. Ne, die Idee, mit dem wir zeichnen an unserem Schlüssel, fand ich irgendwie geil. Ah. Das wäre nämlich genau das gleiche, was er macht. Hey. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht genau. Ne. Naja. Naja. Äh. Okay. Aber wir können doch nicht... Rennen? Auf irgendeiner Taste? Jetzt guck mal in der Taste die Vorbelegung, ob es irgendwo ein Rennen gibt. Äh. Einstellungen? Ja. Steuerung. Q wie... S. Ach, Steuerung Layout. Hä? Nein. Nach vorne, nach hinten. Es gibt Zeichnen. Es gibt Q. Ah. Cool. Okay, aber gibt es noch was? E hinzufügen? Haben wir E schon mal benutzt? Wo ist ein E? Was ist denn... E und Q hinzufügen. Aber es gibt zumindest kein Rennen, ne? Ne. Also... Vielleicht versuchen wir was zu zeichnen? Ja, versuch's mal. Vielleicht ist das nämlich doch von Anfang an die richtige Idee gewesen. Ne? Die wollen einen nur triezen. Dass das halt jetzt einfach nicht funktioniert. Versuch's mal. Jo. Dann locken wir da mal hin. Zücken den... Block. Den... Machen Q hast du gesagt, ne? Naja. Das versucht ein E. Auch nicht. Das war... Zeichen in den Folgen hab ich doch was gezeichnet, zum Beispiel. Ach so. Und auch das kann man jetzt auch nicht Q anwenden, ne? Ne. Ja. Okay. Dann nochmal zum Feuerdistan zu... Hä? War ich jetzt... War ich jetzt zu langsam? Zu langsam? Nein. Ja. 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 Kann man das kombinieren vielleicht dann mit was anderes? Also bin ich zu schnell gelaufen? Ah, das ist ein Fenster offen. Ja. Ah. Ne, links im Gang. Rechts im Gang. Ah. Ich hab das... Oh, guck mal. Das ist ja ein Fenster offen. Aber mein Kopf hat nicht die Verbindung hinbekommen. Oh Mann. Ich hab's nicht gesehen. Trotzdem bleib ich dabei. Unsere Idee war cooler. Unsere Idee war definitiv cooler. Gegen Design. Geschlagen. Aber ich wäre jetzt auch gerade skeptisch gewesen, weil es genau an derselben Stelle wieder war. Da dachte ich gerade auch schon so... Hä? Ist das immer die Stelle? Ist das... Gemein, ey. Wie, hier ist noch ein Fenster. Hahaha. Ja. Ich wollte schon immer meinen Feuerlöschern. Benutzen? Ja. Wir durften das mal in der Grundschule. Wir waren auf so... Hast du den überhaupt hochheben? Naja, der... Der Feuerwehr war dann mitgehalten. Wir waren bei so einem... Weiß eine kleine Jenny? Ja, die kleine Jenny. Ja, die kleine Jenny. Das ist jetzt automatisch ausgewählt. Ich wollte immer das machen. Hahaha. Sie hat auch Spaß. Klar. Was? Die Zeitung. Hm. Achso, was wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr brauchen wollen. Keine Hunde, Joscha. Keine Hunde. Keine Hunde. Hm. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Das kommt mir auch seltsame Krampf. The Storm on... End. 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 Guck mal auf eine andere Seite. Revelation. Guck mal auf die andere Seite gucken, was da steht. Das ist ein bisschen so eine Titanic-Poser, aber es ist kein Titanic. Ja. Ja. Installment Revelation. Okay. Wenn es nicht unter Druck wäre... Cool. Wenn es nicht unter Druck wäre... Das jetzt sofort... Das mir jetzt sofort einfällt. Ich bin eigentlich so gut und sowas. Aber in this place... Na. Na. Wo bist du denn, mein Kleiner? Wie versprachen wir jetzt? Mein Bruder hat sich mal verlaufen. Ich habe mich auch mal verlaufen. Als... Ich bin mal in so einem riesigen Kaufhaus verloren gegangen. Aber ich war ganz cool, ob mich zur Kassiere gesetzt. Ich habe mich auch über die Seite von Skorfen, gefährdem. Kamihami, na? strain mich dich auf die顆 viktorische Scheine... Alter. Oh ja, das ist Kamihamiya. Goll, Naruto, ja, Naruto Shibun-mäßig. Aber dann müsste es blau sein. Auf wen schleudere ich das jetzt? Auf mich selbst. Schau raus! Ich bin sorry. Ich versuche das alles raus. Du wirst sehen. Ich glaube, es hat der kleine Bruder die ganzen gemeinsamen Sachen komplett. Also so war es halt in Wirklichkeit. Ja, haben wir jetzt nochmal nachgestellt. Ja, das ist so schön. Cool. Bisschen verliebt in das Spiel. Es kommt doch mit relativ reduziertem Setting halt aus. Mhm. Variieren das dann halt immer so leicht. Aber dadurch besonders intensiv finde ich diese Veränderung. Aber es geht ja letztlich um Veränderung. Zeig nochmal kurz das Spiel. Was steht da alles? Ja, genau. Ich will kurz sagen, da steht unser Name drauf. Ja. Treehouse. Das ist genauso wie vorher. Jetzt ist nur Nacht. Mhm. Oh, er hat alles kaputt gemacht. Mein Bruder hat auch mal was kaputt gemacht. Son. Ich bin sorry, Finn. Ich werde dir helfen. Ich kann es nicht unterhalten. Oh. Oh, mein Gott. Es ist okay. Um nur, calm. Ich werde mich finden. Ich habe das für dich. Ah, ich bin so froh. Ich weiß. Schammer Roscoe. Ah, es ist so schade. Sie sind nicht real. Es ist nicht wichtig. Sie sind nicht wichtig. Ah, 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 ah. Hättest du es da draußen hinzufügen müssen? Ja, frage ich mich auch. Was such ich jetzt? Wenn ich daran darf, jetzt. Oh nein, das perfekte Ende kaputt gemacht. Es war nicht so. Es war für mich. Na gut. Manchmal müssen Dinge auch kaputt gehen. Mein Bruder hat auch mein Lieblings-Planmobilhaus zerstört. Oh nein. Oh nein. Du musst nicht alles zerstören. Ich wollte deine Atenung bekommen. Ich wollte wieder anfangen. Okay, ich kann es jetzt anziehen, wenn sie immer noch kaputt sind. Gucken wir erst mal. Aber er guckt ja jetzt wieder aufrecht. Aufrecht gucken. Ja, ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Bist du alles gut? Ich wollte nicht das passieren. Ich weiß. Ich kann es richtig machen. Du siehst. Simon sagt, geh zu Hause. Das war's. Anhihrgele, sonst sei der Tag. Das ist eine Option. Nein. Was hat mit dem Busch? Du wirst fast. Ich würde sagen, fuck, wir machen jetzt eine Pause, aber du kannst jetzt nicht einfach das Rennen aufgeben, oder? Nee, das stimmt. Oder? Naja, oder? Ich glaube, okay, du machst vielleicht doch einen kurzen Break, ne? Er rennt schon, den kriegen wir. Komm, wir geben ihm einen kleinen Vorsprung. Wir sind eh viel größer und viel schneller. Eben, das wäre ja sonst unfair. Dann bis gleich. Tschüss.